Wir können es schaffen, einfach abhauen, im Wald leben. Wir würden uns kriegen. Vielleicht auch nicht. Wir kämen keine fünf Meilen weit. Willkommen, willkommen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um einen mutigen jungen Mann und eine mutige junge Frau auszuwählen, die die Ehre haben werden, Distrikt 12 bei den 74. alljährlichen Hungerspielen zu vertreten. Das ist dein erstes Jahr, Prim. Dein Name ist bloß einmal da drin. Sie werden dich nicht ziehen. Primrose Aberdeen. Prim! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Unsere Tribute, Peter Mellon und Katniss Aberdeen. Die wollen eine gute Show und nichts weiter. Wir sind 24, Gail, aber nur einer kommt da raus. Und du sollst dafür sorgen, dass ich hübsch aussehe. Ich soll dir helfen, Eindruck zu machen. Und so wurde beschlossen, dass die zwölf Distrikte von Panen jedes Jahr einen jungen Mann und eine junge Frau zwischen zwölf und 18 Jahren als Tribut darbringen, sie in der Kunst des Überlebens ausbilden und sie darauf vorbereiten, bis zum Tode zu kämpfen. Ab jetzt musst du ihnen zeigen, was du gelernt hast. Sie sollen dich in Erinnerung behalten. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich ihnen zeigen kann, dass sie mich nicht besitzen. Wenn ich sterbe, will ich trotzdem ich selbst sein. Ich kann mir nicht leisten, so zu denken. Die Tribute von Panen, The Hunger Games. Die Tribute von Panen, The Hunger Games.